Ein wunderschönes Hallöchen und herzlich willkommen bei diesem Video. Für mich bricht gerade eine ganz besondere Zeit an und zwar werde ich jetzt nach 20 Jahren das erste Mal ohne Termine in der Zukunft sein. Ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe keine Praxis mehr, das Retreat ist vorbei und ja, ich war ja bisher Dozentin und Heilpraktikerin und hatte dadurch immer Termine in der Zukunft, zwei, drei Jahre im Voraus, gab es irgendwas, wo ich sein musste, an einem bestimmten Ort und das hört jetzt auf. Ich bin ganz gespannt, wie das sein wird, wirklich total frei zu sein und ich möchte dir auch sagen, warum das was Besonderes ist, und zwar, es ist vielleicht so zehn Jahre her, habe ich festgestellt, dass ich davon abhängig bin, dass mein Kalender voll ist, dass ich immer weiß, was passieren wird. Es war irgendwie ganz schwer auszuhalten, nicht zu wissen, was sein wird. Das hat mir Sicherheit gegeben, wenn ich wusste, das und das findet da statt. Und ich habe sozusagen die Sicherheit im Außen gesucht bzw. ich brauchte sie im Außen. Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, die Sicherheit ist in mir, die Stabilität ist in mir. Ich weiß mittlerweile, ich kann mit jeder Situation klarkommen und ich kann sozusagen in eine ungewisse Zukunft schauen, ohne dass mir das Angst macht. Ich freue mich da sogar drauf und bin gespannt, was sich dadurch zeigt. Ich hatte immer den Wunsch, in meinem Alltag so ein Leben zu führen wie auf Reisen. Auf Reisen habe ich oft die Erfahrung gemacht, ich habe in den Tag hineingelebt. Ich wusste nie, was passieren wird. Aber es gab so eine Gewissheit, irgendwas, also ich muss mir keine Sorgen machen, irgendwas Schönes wird passieren. Da waren auch andere Reisende, die auch alle Zeit hatten. Und so konnte ich mich immer dem hingeben, was jetzt in dem Moment gestimmt hatte. Und dadurch habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele tolle Sachen in mein Leben gekommen sind. So unerwartete Dinge, wo sich so Synergieeffekte ergeben haben, die, wenn ich immer schon einen Plan gehabt habe, nicht passiert sind. Weil ich ja nur den Blick auf das habe, was ich schon weiß. Und dann fehlt der Blick, die Offenheit für das Unerwartete, für das, was das Leben einem so schenkt. Ja und ich habe vor kurzem das Buch von Stephanie Stahl, heißt sie, So bin ich eben kennengelernt. Ich verlinke dir das auf jeden Fall auch in der Infobox. Und zwar beschreibt sie für jedermann, jeder Frau verständlich so eine Typenlehre nach C.G. Jung. Und da gibt es halt zum Beispiel Typen, die brauchen die Sicherheit, die können Termine in der Zukunft machen, haben da überhaupt kein Problem mit. Und dann gibt es Menschen, die eng das ein, die brauchen die Freiheit, nicht zu wissen, was passiert. Und ich bin jetzt einfach gespannt rauszufinden, ist das eine gut für mich oder ist das andere gut für mich. Und bei dieser Typenlehre geht es auch nicht darum, irgendjemand in eine Schublade zu stellen, sondern wie das Buch eben heißt, so bin ich eben, einfach über sich selbst etwas herauszufinden. Wie gesagt, es gibt einmal so diese Typen, die sich festlegen und das können, dass sie im Voraus lange planen und das macht ihnen gar nichts. Und dann gibt es die, die halt die Freiheit brauchen. Und da gab es noch so andere Unterscheidungen. Genau, ob man auftankt, wenn man alleine ist oder ob man auftankt, wenn man in Gesellschaft ist. Und das fand ich einfach sehr spannend. Da bin ich gespannt, das rauszufinden. Und der Wendepunkt damals mit meinem Kalender war der, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe vergessen, mir Zeiten zum Essen einzuplanen. Ja, mein Kalender war so dicht, meine Termine habe ich mir so dicht gelegt, ein Patient nach dem anderen oder auch Freunde treffen oder was auch immer. Das war so dicht, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe keine Zeit mehr zum Essen. Und daran habe ich dann gemerkt, dass da irgendwas schief läuft. Und habe angefangen, mir Freiräume einzubauen. Und ich habe dann auch mal einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift für Eltern. Ich arbeite ja auch viel mit Eltern so zusammen. Und da gab es den Tipp, dass man den Tag sich nur zu einem Drittel voll macht, mit was reinlegt, weil die restliche Zeit wird sich sowieso füllen. Unvorhergesehene Dinge, ja, also dass man da einfach Raum für schafft, Freiraum hat, dass auch unvorhergesehene Dinge passieren können. Sei es, dass eine liebe Freundin anruft oder unerwarteter Besuch auftaucht oder was auch immer, dass mal irgendwas kaputt geht und man dann Zeit braucht, um was zu reparieren oder sich um unerwartete Dinge zu kümmern. Und ja, dafür auch diesen Zeitraum zu haben. Und das fand ich damals einen sehr guten Tipp und habe dann angefangen, das zu machen. Und ja, mittlerweile genieße ich die leeren Räume in meinem Kalender und weiß, ich kann, die vergehen sowieso die Zeit, die werden gefüllt mit schönen Dingen, weil ich ja aktiv das tue, dass ich einfach schaue, was möchte ich jetzt tun, was steht an, an welchen Projekten möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich gerade Zeit verbringen und so. Ja, und wie gesagt, jetzt, wo das Retreat vorbei ist, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das anfühlt, wenn da gar nichts mehr ist, was ja keine Gewissheit sozusagen mehr, sondern ja, ich ganz und gar in dem Moment leben kann und mich da von meiner Intuition und meiner inneren Führung leiten lassen kann. Genau, das war's zu diesem Video. Hier erscheinen jetzt noch zwei andere Videos, vielleicht magst du da weiterschauen. Ich freue mich, wenn wir uns bald im nächsten Video wiedersehen. Abonnier gerne den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, dann verpasst du kein Video mehr, besonders wenn du die Glocke aktivierst. Und ja, alles Liebe für dich. Ciao! 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 Ciao!